da da so heute weiter geht es mit Versuch 1499 und ich werde diesmal abziehen also das muss sein was er oh ihr erinnert mich noch an die letzte Partie mein PC gestraut und hab es klappt sofort es klappt nein das hätte fast geklappt geile Scheiße Alter der Error ist mir noch immer unbekannt aber das Spiel läuft noch jo und der Idiot hat zweimal bis ein Gesetz was mir so eine kleine ja eigentlich schon aber warte mal warte mal das Ding heilt sich jetzt bam und jetzt mach ich einmal sowas und einmal so wow nein was soll ich denn jetzt machen ja ich muss mich heilen selbst austauschen ist ne böde Idee hey das ist ja ne ganz neue Gegebenheit hier wie viel der mir abzieht alter ja zum Glück hat er nur 5 AP oder so aber Hyper Potions sind wer 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 wort mann hör mal auf jetzt jetzt hör mal auf damit was 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 wartet mal kurz wartet mal kurz ich muss sagen das gibt's nicht guck dir mal hier rauf hier Antikraft AP 5 5 der Spaß hat mir mit dem 5. Critical Hit einfach so bam hier hier an der Galanz schenk ich dir bam so jetzt hör mir mal zu ja ich brech dir dein Genick du scheiß Arschel pass auf her bam oh ja 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 und weiter geht's ähm ja Leute nachdem ich jetzt ein paar berührende Worte mit ihm gesprochen hab ähm würde ich mal sagen tell you to setz nur ein bisschen äh bashen wir ihn klare Sache ne man das ist doch unfair unfair ist das wirklich ich hab jetzt ungefähr 30 mal jetzt gekämpft ja Rekord 10 KP übrig ja es geht einfach nicht und ich will keinen verkackten Borschen haben die hier für Sprinten ich will's nicht ich zeige euch ich beweise euch dass es möglich ist um mit zweimal Silberblick zweimal Fury Attack zu cachen das ist das ist nicht nur möglich das ist sogar mehr als machbar ahhh ja jetzt nicht mehr man seht ihr wieso ich keinen Borschnabel einsetzen will ihr seht es das Ding überlebt immer anscheinend man braucht anscheinend echt drei Angriffungen um dieses Viech zu kennen und leider ist beim vierten Angriff also von ihm ist Schluss mit lustig ja jetzt aber geht down man ich will keinen Borschnabel fischeln oh ich hab zwar noch einen Max Eter aber ich will ja einfach nicht ist einfach so oh da hätte ich fast meinen Sklaven geheilt ja das ist jetzt bitter weil weil ah ah mein Idiot wenn du jetzt crit ist dann schlag ich dich für immer zu ey hallo du bist ein scheiß Hexer was bist du bloß für ein Top 4 Member und was kommt jetzt ich will dazu gar keinen Kommentar abgibt ja Borschnabel bohr Kritiker jetzt Purnier Mon Dieu die Krippel wieso krippen die hallo hallo warte mal da will ich mal ganz kurz die Wiederholung von sehen also ihr wollt das bestimmt auch sehen äh ich glaube es einfach nicht dass die hier kritten äh warte mal warte mal ich will jetzt sehen ob der nochmal krit ist das will ich jetzt sehen jetzt mal ganz ruhig hier so du Arschloch hättest mir 50 KP abgezogen was ist du machst bam krit geh bam weil du an der Glant bist hier bam warum frage ich mich ja ja wieso 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 und das größte Übel kommt noch nein es ist nicht noch ein Dragoneer ähm wir speichern noch mal ich will mal sehen ob ich das erstmal so down kriege heute ist der so gut drauf dieser fucker killt mich mit Crits aber jetzt bin ich an der Reihe und jetzt kommt der epische Fight Drache Flug mit einer Donnerattacke gegen meinen episches wieviel zocke ich dem Spaß ab ein Drittel ich ziehe mal ein Drittel ab ein ganzes Drittel dann heil dich erstmal oh geil got the fuck ist das geil ey das ist geil das ist voll geil Leute ich dachte sein Dreiboran kann äh kann Dingens Donnerblitz kannst du was du kannst ja gar nicht Crits wie sagt man so schön wie du mir so ich dir ja ist das geil du Arschloch hast mich echt bis auf die Palme gebracht weil du die ganze Zeit gecrittelt hast ja und jetzt komm ich im letzten Turn so richtig so bam 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 boom boom in dein Face ja man kriegt halt immer das wieder was man aussät ne wie man so schön sagt oh diese ist der Champion das war mehr als episch gerade dieser Kampf dieser Spaß hat mir sogar mein mein Emulator gecrashed ja das habt ihr alle gesehen im letzten paar alter Schwede also 15 ja 17,8 äh 28,17 17,17,15,18 20 das könnte ausreichen ich mach safe state und dann Leute ich hoffe da draußen also ich hoffe dass nicht das kommt was ich mir vorstelle also gebe ich mit dieser geilen Musik ab bis zum nächsten Tag ciao ich hoffe es hat euch gefallen also ich bin grad so ich kann eigentlich gar nicht mehr aber ich sag nur wie geil ist das denn ciao Leute bis zum nächsten Tag 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 bis zum nächsten Tag